Volle Transparenz und Konsequenz. Wir werden alle Parlamentarier aller Ebenen abfragen zu ihren Nebentätigkeiten und Beteiligungen. Wir wollen ein komplettes und umfassendes Bild haben, bis in die kleinste Verästelung hinein. Wir erwarten und fordern eine Integritätserklärung von jedem Einzelnen, dass alle Regeln des Verhaltenskodex erfüllt worden sind. Dies ist nicht ein zahnloser Tiger, sondern wird ein scharfes Schwert werden. Denn die Integritätserklärung müssen alle, die für den Bundestag und künftig für alle Parlamente kandidieren wollen, unterschreiben und gegenüber der Partei abgeben.